Untertitelung des ZDF, 2020 Mitten unter uns lebt Und nach der Macht giert Wir sollten die Menschheit beherrschen Es respektiert keine Grenzen Die Welt gehört uns, nicht den Menschen Es kennt keine Angst Es fürchtet nur einen Heute ist einer unterwegs, der gefährlicher ist als die Vampire Und wer ist das? Das bin ich Da draußen herrscht Krieg Blade und ich töten sie, wo immer wir sie finden Halb Mensch, halb Unsterblicher Ich weiß alles über dich, Daywalker Er hat die Vorteile beider Welten Alle unsere Stärken Ohne unsere Schwächen Und wenn der Welt der Lebenden das Ende droht Kann nur er allein das Blatt wenden Ich sehe in dir nicht mehr Als einen weiteren Totenvampir Vampir Wesley Snipes Steven Dolph Er baut die Waffen Ich setze sie ein Blade Blade Die Stärken Die Stärken Untertitelung des ZDF, 2020